Herr Klausen ist IVD-Makler. Gerade ist Frau Hübner bei ihm eine langjährige Kundin. Sie hat ein Haus geerbt, das nun verkauft werden soll. Leider ist die Immobilie ziemlich weit weg. Herr Klausen möchte den Auftrag angesichts der Objektknappheit in seiner Region aber auch nicht ablehnen. Kann er über so weite Entfernungen einen Käufer für Sie finden? Kann er. Mit dem GG-Ticker haben IVD-Makler jetzt ein Akquise- und Vermarktungswerkzeug zur Hand, in dem Immobilien in Regionen oder bundesweit angeboten werden können. Das funktioniert über das Netzwerk der IVD-Makler, die beim GG-Ticker mitmachen und das Geschäft gemeinsam abwickeln. Im Ticker sind die Kollegen immer unter sich. Sie können Immobilien anbieten und Partner für die Vermarktung suchen. Egal ob Gewerbe- oder Wohnimmobilien. Sie können aber auch einen Suchauftrag einstellen und vergleichen, ob sich im Netzwerk ein passendes Angebot findet. Auch Herr Klausen macht das so. Sein Kunde Schmidt muss in eine andere Stadt umziehen und sucht dort eine Mietwohnung. Schmidt unterschreibt Klausen einen qualifizierten Suchauftrag. Im GG-Ticker informiert er seine Kollegen darüber. Die vergleichen, ob sie etwas Passendes im Bestand haben. Tatsächlich hat eine Kollegin aus dem GG-Ticker eine passende Wohnung für Herrn Schmidt. Herr Klausen vermittelt den Mietvertrag, erfüllt den Suchauftrag und hat einen Anspruch auf Außenprovision. Schmidt, Klausen und seine Kollegin sind zufrieden. Mit dem GG-Ticker sind IVD-Makler im Netzwerk breiter aufgestellt, als alleine möglich wäre. Kollegen, die wenig Immobilien haben, vergrößern ihr Angebot deutlich. Makler, die Objekte mit langen Vermarktungszeiten haben, können sie mithilfe ihrer Kollegen verkürzen. Mit dem GG-Ticker exklusiv für IVD-Makler erreichen sie eine völlig neue Servicequalität. Was Herr Klausen mit dem GG-Ticker-Zertifikat auch nach außen trägt. Die Anmeldung ist ganz einfach. Nach dem Klick auf den Anmelde-Link muss nur noch ein Passwort vergeben werden. Die Kontaktdaten im Profil sind bereits vorausgefüllt und können ergänzt oder geändert werden. Jetzt anmelden und loslegen.